im Kölner Zoo. Am Tag nach der Bombenexplosion in Euskirchen läuft die Spurensuche. Die heftige Explosion hat einen 50-jährigen Baggerfahrer in den Tod gerissen und 13 Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Polizei versucht jetzt herauszufinden, wie das Unglück passieren konnte und woher die Bombe genau kam. Die Bombe war nämlich nicht im Boden, sondern ist zusammen mit Bauschutt auf die Baustelle transportiert worden. Und die Wucht war so enorm, dass sie Fenster kaputt gemacht hat und Dachziegel herausgerissen, auch bei Johann Klinkenberg. Gerade reparieren Handwerker die Fenster in seinem Innenhof. Als die Bombe explodierte, saß Klinkenberg zu Hause mit seiner Frau auf dem Sofa. Es hat einen Knall gegeben. Dann hat er alles gezittert. Dann sind wir sofort raus, wir dachten, Flugzeug oder so was. Auch die Nachbarn der Klinkenbergs haben die Handwerker gerufen. An fast allen Häusern in der Straße wird am Morgen gearbeitet. Die Unglücksstelle ist abgesperrt, denn hier darf niemand mehr hin, bis die Spurensuche abgeschlossen ist. Um die kümmert sich das Landeskriminalamt. Die Experten aus Düsseldorf sind um kurz nach 10 zur Stelle. Sie interessiert vor allem, was für eine Bombe das war und wie sie hier in diesen Schutthübel kam. Dass die Bombe von woanders hierher transportiert wurde, ist ziemlich wahrscheinlich. Der Bagger hat hier auf dem Gelände kein frisches Loch gegraben, sondern stand auf zwei Meter hohem Bauschutt. Der wurde umsortiert und stammt offenbar von anderen Baustellen aus der Region. Es hätte also noch schlimmer kommen können. Wenn man überlegt, dass die Bombe zum Beispiel auf dem LKW transportiert wurde und wäre dann vielleicht in einem Wohngebiet explodiert, das hätte wahrscheinlich dann größere, erheblich größere Schäden verursacht, auch an Personenschäden. Johann Klinkenberg hat schlecht geschlafen. Der Schreck sitzt tief und es kommen Kindheitserinnerungen hoch an die Nachkriegszeit in einer Stadt, auf die damals tausende Bomben herabfielen. Blindgänger im Stadtgebiet gab es reichlich. Dieser hier war hoffentlich der letzte, der nachträglich gezündet wurde. Die Weihnachtsmärkte sind schon zu, aber es gibt jetzt erstmals in Köln zwei Märkte,